In der Online-Werbung sind die handwerklichen Anforderungen sehr hoch und damit entscheidend für den Erfolg. Die Austria Com Plus unterstützt die Kategorie Best Branded Content auf indirekten Wunsch jener Kunden, für die wir schon erfolgreich maßgeschneiderte Native Advertising Projekte umgesetzt haben. Die Patenschaft für die Kategorie Online-Videos übernehmen wir als Filmetars sehr sehr gern, denn die Filmetar ist die Filmproduktion für Online-Videos. Wer Spiele oder Promotions mit humspielerischem Gehalt oder Contests für Marken entwickelt hat, ist in dieser Kategorie goldrichtig. Also ich finde Webseiten nur super. Webet rocks! Kreative Werbung informiert und unterhält zugleich und macht die Marken erlebbar. Und das lieben wir von der kleinen Zeitung. Vor allem auf unserer Seite. Sharen, liken, twittern, posten, bloggen. Besonders gelungener Einsatz zur Social Media Klaviatur zur Verbreitung von Markeninhalten wird in dieser Kategorie prämiert. Die OF Enterprise ist als der größte österreichische Vermarkter immer auf der Suche nach den besten Werbeideen. Natürlich auch im digitalen Bereich. Eine optimale Präsenz auf Apps und mobilen Websites ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für jeden großen Content-Anbieter. Aus diesem Grund unterstützen wir den Web-Ad 2014. Das gab's noch nie. Alle technischen oder kreativen Innovationen im Bereich digitaler Markenkommunikation sollten sich unbedingt in dieser Kategorie messen lassen. Wir vom CCA sind Fans, Friends, Follower von guten Ideen. Davon kann's gar nicht genug geben. Der IAB Austria dankt allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Ohne euch wäre all dies nicht möglich gewesen. Vielen herzlichen Dank!